Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Slenderman, Slenderman, ah, wir haben einfach mal gesagt, wir spielen Slenderman, du hast doch Slenderman schon mal gespielt, oder? Nein, warum nicht? Was müssen wir denn machen? Also hier gibt es einen Slenderman und wir, die Spieler, müssen die Seiten finden, bevor uns der Slenderman findet, das ist ein Feature. Du kannst auch rennen, aber dann nährt sich deine Hungerleiste, lädt sich dann zwar wieder auf. Und Slenderman ist auch ein Spieler, oder? Ja, Slenderman ist ein Random-Spieler, ja. Und wir müssen heute die Seiten suchen. Ich habe Angst, dass du da bist, weil ich die hier nicht gesehen habe beim Swann. Mach doch mal die Musik aus, weil das ist so ein bisschen atmosphärischer. Hier gibt es doch Musik im Hintergrund. Ja, ein bisschen. Deswegen. Und wo sind, können die Seiten sein, überall, oder? Überall. Ah, siehste, hat einer eine Page gefunden. Da gibt es dann immer diesen Sound, wenn jemand eine Page findet. Einen von 24? 24 bis 20. Okay. Ich schau jetzt mal hier oben so. Oh Gott! Was zur Hölle? The light went out. Was zur Hölle habe ich mich erschrocken, ey. Ja? Und jetzt siehst du nichts mehr, das macht das halt auch nochmal ein bisschen schwieriger. Ah, jetzt, jetzt geh ich. Jetzt sehe ich wieder was. Und, ähm, das ist der Richter. Oh Gott. Slenderman. Alter. Der Slenderman hat ihn. Er hat ihn. Wird der denn auch zum Slenderman, oder? Nein, der ist dann raus, würde ich sagen. Achso. Es gibt ja nur einen Slenderman. Ich seh ihn. Ich seh den Slenderman. Oh mein Gott, ich häng, ich häng im Spinn jetzt fest. Nein. Nein. Lass mich gehen. Alter, ich seh ihn nicht. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Kann man hier sneaken? Sneaky. Damit der meinen Namen nicht sieht? Ähm, das kann sein, ja. Aber dann bist du halt noch langsamer. Oh Quatsch. So, ey, wir müssen doch irgendwo Seiten sein. Wie groß ist denn die Map? Riesig. Echt? Naja, nicht so riesig, aber. Schon groß. Ich bin grad bei so nem Krater. Was könnte da ne Seite sein? Ich bin mein... Boah! Alter! Ey, ich erschreck mich doch selbst. Wtf. Dann ist das hier so hell und man sieht nichts, ey. Oh. Ist er bei dir? Ich hab ihn, glaub ich, gehört. Ist er in der Page? Ich muss nur mein Sound-Touter machen. Ist er in der Page? Ist er in der Page? Nein, ich glaub er ist bei mir. Ist er in der Page? Nein! Nein, hab ich! Was? 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 Ich hab Angst. Mama! Drei Herz. Ich seh ich nicht. Ich blute. Das kann sein. Nein! 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 Geh weg! New Young Fighter HD. Ich hab drei Herzen, Alter. Ich seh dich. Der soll sich verpissen. Ich seh dich nicht. Der soll sich verpissen. Wo bist du? Am Swan. Was für ne geile Atmosphäre ist das hier eigentlich? Zwei Herzen, eineinhalb. Das ist ein Tisch. Ist auch ein geiler Name. Ein Herz. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Sag meiner Mutter, dass ich sie liebe. Ah! Ah! Scheiße ist das geile. Ah! Ah! Alter! Hilfe! Okay, ich hab noch keine Seite gefunden. Wo bist du denn? Ich hab noch keine Seite gefunden. Ich spektate dir da. Ja, das ist gut. Ich hab noch keine Seite gefunden. For sale. Kann ich mich nicht frei bewegen beim Spektale? Nee. Nee, ich glaube nicht. Achso. For sale. Ja, jetzt häng ich, weil du da drin bist, in diesem Haus, häng ich. So. Alter, das macht, das macht Angst, Junge. Ahaha. Da muss doch ne Seite sein. Wo sind die denn? In den Kisten oder was? Nee. Oder hängen die da? Die hängen einen Bilderrahmen so. Achso. Hängt so ein Stück Papier dann anziehen. Ist hier oben was? Ja. Okay, gehen wir wieder raus. Willst du den Slenderman? Nein, ich seh nicht. Ich hab ja F5-Modus gedrückt. Dann kann ich dir immer sagen. Wenn er bei dir ist. F5-Modus könnte man ja eigentlich mal machen. Ist eigentlich ganz geil. Okay. Oh! Was? Da war doch gar nichts. Bei mir war dann. Your light went out. Und dann kommt da immer so mega laut da. Ja, bei mir kommt das jetzt nicht mehr mit. Your light went out. Da ist jemand. Lassen wir sie. Tilde. Ich steh mal den Sound nochmal ein bisschen lauter. Tilde. Tilde. Hallo Tilde. Davon müssen wir gleich noch eine Runde spielen. Das ist ja extrem geil. Das ist schon geil. Jetzt häng ich wieder in der Wand fest, weil du irgendwo im Haus drin bist. Ja. Bist halt hängen geblieben. Ja ja. Boah ich hab hier. Schon so ne leichte Gänsehauten ne. Das ist bei Minecraft, dass das noch passiert. Alter. ETF. Schon krass. Ich hab das echte Slenderman ja nie gespielt. Wollte ich mal mit Facecam machen. Irgendwann. Guck mal in diesen Rahmen, wo du grad vorbei gehst. Rechts an den. Da im Zettel dran ist. Ne, ist keiner. Wie viele leben noch? Ah, ein paar. Ein paar. Lauf mal weiter zur Kirche. Ah, da kommen grad welche her. Kirche. Ah! Was? Ich glaub die waren da schon drin. Ich glaube auch. Und. Das Red ist nun auf dem Boden. Überall blöd. Ja, dann gehen wir wieder raus. Boah diese Geräusche ne? Wo kommt man den anderen Spieler zu? Die waren mich ein bisschen fertig. Gerade. Ah! Das ist bei Tilde glaub ich. Man müsste den Chat mal irgendwie ausschalten. Kann man noch. Ja, aber dann ist die Anzeige auch weg. Das stimmt. Pfff. So, ich bewege mich hier grad so ein bisschen am Maprand. Ja, der eine verfolgt den. Der Dekowalk verfolgt den. Ah! Ohohohohohohoho. Ohohohohohohohohohohoho. Halter. oh 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 theresa. Wille ich mich tot. Jetzt hat er dich. Jetzt hat er dich. Oh nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah! Okay. Ich geh zu Tilde. Hallo Tilde. Tilde hört an der Seite. Da ist doch... Da war noch eine Tilde! Nein! Da an dem Baum! Was ist das hier los? Wie ich eben rumgeschrien hab, ey! Da war noch eine, bei ihr. Die findet sie schon. Nein! Sie ist direkt dann vorbeigelaufen. Alter, das müssen wir mal mit auch ein paar YouTuber machen. Da muss ich mal ein paar Leute fragen, ob die da mitmachen würden. Ich geh mal zu... China Mini, whatever. Ich geh hier suchen. Bei der bin ich gerade auch. Jetzt geben sie größten die Wahl oder sowas. Mhm. Wie, Berg? Noch drei Seiten? Echt? Mal sieben oder nicht? Eigentlich 25. Ich glaube 25 Seiten sind's. Sind ja keine mehr. Ich geh zu Tilde. Tilde ist cool. Einfach mal übelts rumgeschrien. Überschrocken hab ich mich in der Aufnahme noch nie, ey. Ja, ja. Oh, da war der nächste. Taschentisch was taken. Taschentisch. Sicher, dass du jetzt die fünf Minuten noch das Müll aufnehmen willst? Also wir können auch in den Hub wieder gehen, ähm. Ja, ich wollt grad sagen, sonst ist das bisschen uninteressant, oder? Ja, gehen wir in den Hub. So. Wo gehen wir denn hin? Ich... Ich muss erstmal zu meiner Mama. Sind hier kaum welche? Sind hier welche? Hier sind welche. Oder? Wo... Wo denn? Deadwood. Ja, die nächsten Dinge. Join, join, join. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Ähm. In den... Ich bin noch... Ich bin noch... Ich bin noch... Da umge... Guck. Was? Ich bin noch... Oh, komm. Boah! For the bug user! Wtf. Wär ich mal melden. Hier, da sind zwei Leute drin. Immer noch. Wo? Ähm... Da. Da, komm. SM14, oder? Keine Ahnung, ich bin da rauf gegangen. Ja, 14. Oh. Islander, man. Was? So. Wir unterhalten dich. Ich werde dich töten. Ich werde dich absolut abschlachten. Gut als. Ach, wir sind ja nur vier. Dann werden wir gleich nur zu viert spielen, oder was? Sieben. Sieben. Und bin ich mal gespannt. Du wirst das Slenderman sein. Hundertprozentig. Die merkt man, wenn man... Ja, du wirst das Slenderman. Nein. Ich hab's dir gesagt. Nein. Nein, ich seh dich hier nur nicht. Du wirst nicht. Das ist dein Name. Fick. Ich... Sammel Saiten. Ohne Scheiß. Nein, du wirst du nicht. Garantiert nicht. Das wurde kein Stück, Alter. Bestimmt gehst du als allererstes auch für mich. Alter. Alter. Äh. Du musst das Venture als Überraschungszweck machen. Okay. Okay. Das macht irgendwie Spaß. Was muss man eigentlich machen? Hat man da irgendein Schwert oder sowas? Nö. Aber man kann halt durchgehend rennen. Achso. Und man sieht alles hell. Also es ist komplett hell. Oh. Night Vision. Fuck. Boah. Du kannst ja gar nicht schwimmen. Warum sagst du mir sowas nicht? Das weiß ich doch nicht. Komm schon. Er ist doch fast da hoch. Oh. 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 Bist du bei denen? Eventuell. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Geh weg. 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 Okay. Jetzt bist du erstmal safe. Nein bin ich nicht. Ich hab immer noch dieses Schlack an. Geh weg. Geh weg weg. Wie kann ich es bleiben? Muss doch was draufgehen. Alter. Geha pft. Gott. Ich hab mein herzes Herz auf Stein. Geh weg. Geh weg. Wie geil das ist. Alter. Wie geil. Ich feier das. So, du kannst mich da ausbacktaken, oder? Ja. Ja geil. Beeil dich mal, ich sag dir mal wo die sind. Ah hier, ich hab sie schon. Passt. Musst du die mit der Hand schlagen, oder? Ja. Das macht irgendwie fun. Geh doch auf, so weit ist. Wobei noch? Ah, hast du das eigentlich. Du kannst sie aber nicht durchgehend schlagen. Das ist natürlich... Das ist ein... Ja. Musst du mit rechnen. Der löst doch gleich tot, sag. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Ich muss die abhauen, Alter. Schon lustig. Lauf nur. Komm, der ist weg. Warum stirbt der denn nicht? Keine Ahnung. Run! Ich bin direkt hinter dir, Alter. Ich bin direkt hinter dir, Alter. Der andere ist... Werden wir sehen. Nooo. So im schwarzen Haus. Ist irgendwie cool. Du hast den Schock. Ich feier das. Alter, das ist ja voll der Cheater, Alter. Nein, der steht auf einer Treppe. Ich komme hier nicht hoch. Nein, der steht bei mir auf einer Leiter. Ich komme da nicht hoch. Ja, meine ich ja. Kannst du keine Leitern hochgehen? Ähm, nee. Hä, was ist das denn für Kacke? Also ich komme nicht an den dran. Ähm, strange. Such mal einen anderen Weg, irgendwie. Warte, was ist denn das hier? Ist das ein Leiter? Ist ein Leiter, Alter. Das ist ja tricky. Warum kannst du den Kacke machen? Ja, das weiß ich ja nicht. Komm, wenn der jetzt wirklich die ganze Zeit da oben bleibt, dann ist das ja echt Kacke. Irgendwie nicht, ne? Also ich meine, wir können jetzt auch einfach ins Hub gehen. Nein, aber das ist ja langweilig. Das ist, ähm... Ja, von denen ist das langweilig. Ich müsste jetzt mal irgendwas gruseliges schreiben. Kann ich überhaupt schreiben? Ich glaube ja. Diesen Seite. Ich kriege... Weißt du, ich komme da irgendwie hoch, wenn er es nicht erwartet. Und dann... ...es Ende. Es ist alle. Ja, was sollen wir jetzt machen? Das sind, äh... Weißt du überhaupt, was die schreiben? Also ich wäre ja für einen Sub gehen. Weil der kommt ja jetzt eh nicht runter. Hat er geschrieben. Man wartet jetzt die ganze Zeit da. Aber wenn wir jetzt rausgehen, gönnen wir ihm ja auch die Punkte nicht. Von daher... Selbst schuld. YOLO. Ja, ich glaube schon. Müssen wir leider so machen. Es gibt leider immer noch Kinder, die es nicht einsehen. Ich muss... Ich sitze weit vom Mikro weg, ey. Man hört mich bestimmt ganz schlecht. Naja, jetzt hört mich wieder besser. Ja, dann müssen wir leider in den Hub gehen. Gut. Dann machen wir das. So. Und... Ja. Nein, wir haben gewonnen. Was, wir haben gewonnen? Ja, du nicht, aber wir. Tja. Was wollen wir machen? Hm. Was? Was wollen wir? Ähm... Ja, die Folge ist erstmal rum jetzt. Die Folge ist raus. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Blubblub. Ähm, ja. Nächste Folge. Gucken wir nochmal. Heiden Sieg oder irgendwas nochmal. Sowas cooles da. Dass wir das nochmal hinkriegen. Und, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Na, haut rein. Macht's gut auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.